Musik Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends Community Opening Live Reaktion Ich hoffe ihr seht mich gut, ich seh mich selber gerade nicht Wir reagieren heute auf das dritte Jubiläum Opening von Shah Bruder Einen unserer krassesten Kanalmitglieder, ihr wisst bescheid Höchste Kanalmitgliedschaftsstufe hier auf dem Kanal, auch am Zweitkanal, überall hart vertreten Und auch als kleines Dankeschön hier nochmal zurück, auch ein Community Opening extra für ihn Also ein Shah Bruder Opening Und wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe ganz kurz zum Ende des Videos gesprungen Hat er 13.000 Zeitkristalle ausgegeben Ich weiß aber nicht, ob er alles in den ersten Banner gesteckt hat Ob er beide Banner geöffnet hat und so weiter und so weiter Ich bin gespannt auf jeden Fall, ich hoffe ihr seid auch gespannt Drücken wir alle Shah Bruder Die Daumen geben ihm die Bruder Faust und schicken ihn Genki Dahmer Vielleicht beten wir auch ein bisschen zu Gott Popo Warum Gott Popo? Ja, guckt euch mal eine meiner letzten Live Reaktionen an Warum Gott Popo? Und hatten wir gerade einen Download? Warum hatten wir gerade einen Download? Hat Shah Bruder etwa nicht alles heruntergeladen? Gibt es hier schon die erste Sparking für ihn, die neu ist? Ich bin gespannt Download bedeutet ja nicht automatisch, dass etwas Neues kommt Sondern auch, dass die Animationen ja oft ein bisschen geupdatet werden und so weiter Aber ich denke mal, er zieht was Neues Und der kleine Sack hat vergessen, alle Daten runterzuladen, um eben nicht gespoilert zu werden Und was haben wir für ein erstes Parking? Uh, geil Der neue Teufelsdrache Oh, noch was Uh, zu 21 Weifu Die Gute Die Gute Alter, Shah Bruder Was ein erster Und wie denn für Evertor Was ein geiler erster Pull, Alter Respekt Ja, den neuen Teufelsdrachen für GT-Team Und, oh, Weifu C21 von 3 auf 5 Sterne Ich glaube, gerade jetzt freue ich mich mehr über die Weifu C21 als er Weil er hat sie ganz schnell weggeklickt Bruder, du musst doch die Weifu C21 ehren Aber Glückwunsch schon mal zum ersten Teufelsdrachen Bin jetzt sehr gespannt, was uns noch erwarten wird Uh, er überspringt Er hat nur einen Dragon Ball gesehen Schau Bruder Willst du hier etwa jetzt ein Fake Out raushauen? Zang, ja, die Braut von Bojack Komm, hau ein Fake Out raus, Bruder Ich gönne es dir von Herzen Oh, Panliebe Panliebe, gutes Zeichen Brody auch Gut, Sparking, Sparking Panliebe, Sparking Uh, sehr guter Vegeta Ich glaube, der fehlt mir noch Ich glaube, diesen Vegeta habe ich noch gar nicht Alter, Glückwunsch zu diesem geilen Vegeta Und auch der geht 2 Sterne nach oben Nicht nur seine C21 gegen 2 Sterne hoch Sondern auch Vegeta Alter, 5 Sterne, 6 Sterne Vegeta Glückwunsch da zu Bruder Alter, ich hoffe, du freust dich Genauso wie ich gerade Über diese Hammer Pulse Diana wird sich sicher auch krass freuen Über diesen Vegeta Alter, Glückwunsch By the way, Diana Diana hat auch ein 13.000 Zeitkristalle Opening gemacht Worauf wir auch live reagiert haben Wenn ihr das Video auch sehen wollt Gerne nach diesem Video auf der Endcard einfach draufdrücken Natürlich habe auch ich ein Livestream Opening gemacht Mit 9.000 Zeitkristallen Könnt ihr auch gerne angucken Und ich habe ein Livestream, äh, ein Opening gemacht Nochmal im, ähm, Zamasu Banner Für Super Saiyajin Blue Vegetto Schaut euch die 3 Videos gerne an Auf der Endcard Aber jetzt erstmal Schau Bruder, Leute Und natürlich könnt auch ihr mir Oh, wie geht er Natürlich Was wollte ich sagen Natürlich könnt auch ihr mir gerne ein Community Opening zuschicken Schreibt mir einfach privat auf Instagram Twitter oder Discord Alle Links in der Videobeschreibung Und Bruder, hast du gerade 10 Xtreems? Oh nein Bruder Nein, wie, oh, das tut weh Das tut weh Ah, aus dem Xtremen garantiert Will man aber nicht 10 Xtreems haben Das tat weh Aber immerhin, hey, einige von ihm Gingen auf jeden Fall noch einen Stern nach Hoch Kann man auf jeden Fall machen Aber Oh, 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 oh Ah, hätte ich jetzt ein bisschen anders gefühlt Oh, Tau, bye, bye Ich hätte ihm mehr Sparkings gegönnt Ganz ehrlich Nur Xtremes tut schon ein bisschen weh Aber ich hoffe, da kommt jetzt noch ordentlich was Wir wollen auf jeden Fall aus diesem Banner Einen Super Saiyajin 4 Go-Geta sehen Für unseren Schnauz-Bag-Bruder Komm schon, komm schon Gönn ihm Super Saiyajin 4 Go-Geta Oder auch schon mal was ziemlich geil wäre Der zweite neue Teufelsdrache Aus Dragon Ball GT Nehmt man natürlich auch gerne mit Ganz klar Dabura Oh, ich mag Dabura Schallt aus Dabura Picon Ich glaub, da freut er sich jetzt nicht so Majin Bu Ähm, Dabura Hat für mich immer zu wenig Aufmerksamkeit Im Anime bekommen Ich feier Dabura Ich feier Demigra, Tova, Mira Alles Böse Glückwunsch auf jeden Fall zu Picon Glaube ich Ich glaube Glückwunsch zu Picon Ich denke, er ist jetzt nicht so begeistert Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen War jetzt nicht die Sparkings, die man haben will Aber vielleicht wollte er einen Picon Wer weiß Schau, Bruder, hau auf jeden Fall umblickt in die Kommentare Ob du dies, das Ananas umblickt haben wolltest Oder eben halt auch nicht Das war die große Frage Komm schon, komm schon Gönn ihm was Wir wollen eine Legends Limited Animation sehen Wo ist Broccoli Wo ist Super Sergin Blue Wo ist Wiz Genki Dabura Power für Schau, Bruder Wuh Komm schon, komm schon Super Sergin 3 Nein, oh Er braucht einen Fake Out Fake Out Power Ich rupel extra mein Shirt für dich, Bruder Fake Out, Fake Out, Fake Out, Fake Out, Fake Out, Fake Out Bitte Yamchu, ah Yamchu betritt den Kampf und stirbt halt wieder instant Wie immer Wie immer Zamasu, komm schon, komm schon Gönn was, gönn was, gönn was Wir wollen hier was sehen Uh, sehr gut Der neue Goku Black Extreme Glückwunsch dazu Auch ein geiler Pull Man zieht auch natürlich gerne die neuen Extreme Karten Die sind echt schwer zu ziehen Weil es immer eine riesige Und fast unzählbare Zahl von Extremes In den Bannern gibt Der erste Banner komplett durch Leider kein Gogeta Aber er hat ja noch die Tickets Er hat noch den zweiten Banner Ja, er zieht auch den zweiten Banner Und ich bin gespannt Zu 99% ist es nämlich immer so Aus einem Banner ziehst du unglaublich geil Und aus dem anderen Banner ziehst du eigentlich wirklich schlecht Jetzt bin ich mal gespannt War der erste Banner bei ihm der gute Banner Oder wird das jetzt hier der gute Banner Wir werden es auf jeden Fall anhand der Push sehen Hier wollen wir auf jeden Fall natürlich für ihn Waifu Kevlar Super Saiyajin 2 Wir wollen Super Saiyajin Blue Big Ghetto sehen Und wir wollen natürlich unbedingt Legends Limited Fused Mutierter Zamasu Für unseren Schabbruder Komm schon, komm schon Wir brauchen Fake Out Oder was ist hier los schon wieder Beim anderen Banner war die erste Pull so gut Ah, scheiße Rildo mit R Rildo Ach, komm schon Der erste Pull im zweiten Banner hat leider nicht so gegönnt Immerhin sind seine zwei Extrems Ein Stern nach oben Ist auch immer wichtig, dass man alle Charaktere irgendwann auf 14 Sterne hat Und hey, er hat ja immerhin die Tickets auch die ganze Zeit Boah, ich bin so gespannt Was mich am meisten interessieren wird ist nämlich Oh, Download Spoiler Spoiler, Bruder Was wird's werden Was wird's werden Ähm, was soll ich sagen Ähm Ich hab's vergessen Ich hab's einfach schon wieder vergessen Es ist weg Es ist einfach weg Was auch immer ist wahr, Leute Es tut mir leid Ich hab's vergessen Komm schon, jetzt gönn ihm was richtig Oh, komm, wir geht aus der Küche Diana, lass mir geht aus der Küche Nein, tut sie nicht Auch kein Super Saiyajin 3 Fake Out Fake Out Ich liebe Fake Out Fake Out, Fake Out, Fake Out, Fake Out, Fake Out, Fake Out Oh, wow Cell Mmh, Broly Oh, Cell, der war richtig schlecht Der Cell war leider richtig schlecht Das ist nicht der gute rote Cell Sondern der nicht so gute rote Cell nämlich leider Aber hey, wir hatten ein Download Was war jetzt der Download? War es eine Animation, Panliebe? War es eine Animation oder irgendwas anderes? Oder ist es ein neuer Charakter? Oh, ja Super Saiyajin 3 Gotenks Extreme War unser Download Charakter Leider konnte Pan da jetzt auch nicht so viel Glück bringen Wie ihr seht, Cell hat da schon noch 14 Sterne Aber hey, immerhin hat da jetzt schon Goku Black Und Super Saiyajin 3 Gotenks Die neuen Extremes Er hat einen neuen Teufelsdrachen Sein Vegeta ging zwei Sterne nach oben Seine Waifu C21 ging zwei Sterne nach oben Bisher ist okay Ist okay Natürlich will man immer mehr, mehr, mehr Was ihr auch nicht vergessen dürft Ist, dass immer die Legends Limited Chance So klein ist So klein ist die Legends Limited Chance Die ist gefühlt nicht vorhanden Und jetzt zieh durch Goku Und bring uns was Geiles Wie gesagt Ja, ich hab vielleicht Ein oder anderen Legends Limited gezogen Bei meinem Opening Aber das ist halt echt nicht normal Die Chance ist so klein Seid nie traurig Wenn ihr mit 100.000 Zeitkristallen Keinen Gogeta zieht Super Saiyajin 4 Dann ist das leider sehr möglich Oh Gott, Engst Nicht schlecht Nicht schlecht Aber auch sicher nicht Das, was er wollte Ah, Bruder Das ist echt grad Hart, ne Ich versuch dir All meine Gengi Dangan Power Rüber zu schicken Aber es ist grad Echt schwierig Gotenks zwei Sterne Der neue Es ist grad echt schwer, ne Es ist grad echt schwer Gotenks Leider keinen Stern nach oben gegangen Aber Gotenks Hat auch schon sehr viele Sterne Anscheinend Der nächste Pull Bitte gönn jetzt was, Bruder Ey, ich beliefe so hart Ich bete so hart zu Gott Popo So hart Okay, wir haben fünf Kapseln Wir haben ne Jindujun Guter Anfang Auf jeden Fall schon mal Aufs Maul Ah, ich würde ihm so gerne Wiss Animation gönnen Einen Vegeta Einen Broly Ruhig Ruhig, Bruder Ruhig Wir wissen alle, was Broly bedeutet Die längste Schönste Beste Summon Animation Die wir derzeit In Dragon Ball Legends haben Broly gegen den Funktionierten Super Saiyan Blue Vegetto Das ist immer so Episch Und was man Also man genießt Erstens mal natürlich Die geile Animation Und man weiß Man bekommt ne Legends Limited Es ist sie noch gar nicht Die kommt erst Was? Noch immer nicht Zwei Sparkings Schon mal einfach so Und Legends Limited Kommt noch dazu Zwei Sparkings Und es kommt noch Die Legends Limited Alter, das war ein Mega Pull Das war ein Mega Pull Bisher schon Zwei Sparkings Und es kommt noch Die Legends Limited Komm schon Komm schon Mr. Satan War ja klar für dich Extra, Bruder Mr. Satan Legends Limited Legends Limited Oh ja Der neue Zamasu Fusioniert Bam Bruder Glück Wunsch Lol Hast du den alten Zamasu Auf 14 Sterne Und jetzt auch Gotenks Alter Bruder Muss kurz Pause drücken Was? Er hat den alten Zamasu Und Gotenks Auf 14 Sterne Also jetzt Gotenks 14 Sterne Und Zamasu war schon Alter Bruder Und Glückwunsch Zu Legends Limited Fusionierter Mutierter Zamasu Alter Mega Mega Pull Jetzt kann ich mir vorstellen Dass er hier jetzt noch einmal zieht Und dann auf den anderen Banner rüber wechselt Weil er hat hier Download Er hat hier seinen Legends Limited Gezogen Die man haben will Vom dritten Jubiläum Ich kann mir vorstellen Dass er jetzt noch Gogeta haben will Ey ich gönne es ihm von Herzen Escher Bruder Ist immer so ein Ehrenmann Deswegen gönne ich ihm alles Genki Dama Leute Hoch die Hände Es ist bald Wochenende Oder es ist Wochenende Keiner an das Video rauskommt Genki Dama Bruder Hau drauf Alter Hau drauf Lösch den Freezer aus Welches Sparking wird es werden Leute Und ja ich weiß was Das Sparking heißt Welches Sparking Sparking wird es werden Komm schon Komm schon Komm schon Gönn unserem Bruder Noch was geiles Lol Er zieht auch noch Vegetto Alter Ja Zu 100% kann ich jetzt Ihr habt es ja selber gesehen Es wieder bestätigen Ein Banner Ist fast immer besser Als der andere Banner Bei einem ziehst du scheiß Bei anderen ziehst du alles Jetzt hat er auch noch Vegetto Er hat den neuen Fusionierten Legends Limited Und er hat den neuen Super Saiyajin Blue Vegetto Bruder Faust geht raus Glückwunsch Herr Bruder Einfach nur Glückwunsch Ey Läuft bei dir Und er hat noch die Tickets Aber wie gesagt Ich glaube gesehen zu haben Dass er insgesamt 13.000 Zeitkristalle ausgegeben hat Oh Ich denke jetzt guckt er mal In die Tickets rein Um sich zu überlegen Ob er da noch Zeitkristalle ausgibt Denn wenn er jetzt Super Saiyajin 4 Gugeta zieht Bräuchte er eigentlich Wahrscheinlich nicht mehr Aus dem Banner ziehen Ja guck mal Ich gönne es ihm auf jeden Fall Dass er jetzt Super Saiyajin 4 Gugeta zieht Komm schon Bin ein bisschen aus Der Puste schon Ich fieber zu hart mit Ich fieber zu hart mit Jetzt komm schon Komm schon Gönn ihm was Gönn ihm was Legends Limited Legends Limited Legends Limited No Ein Turls Und ja Ich glaube Oh 8 Sterne Ich glaube damit ist es Für mich klar Was er als nächstes tun wird Also ja Wahrscheinlich jetzt Das nächste Ticket noch öffnen Und danach Nochmal bei Gugeta ziehen Denke ich So fühlt es sich gerade Für mich an Denn er hat halt noch immer Keinen Gugeta Und jeder will Super Saiyajin 4 Gugeta haben Bin auch gespannt Was wird die zweite Sparking Die man ja so als Extra Geschenk bekommt Dieser Banner hier Wo er jetzt gerade Das Ticket öffnet Hat er so unglaublich Hart schon gegönnt Für ihn alter Neuer Vegetto Neue Legends Limited Was willst du mehr Der Banner ist fertig Und Bergamo Auch sehr schön Für das gegnerische Universum Team Lol Wie viele Sterne 14 Ne Äh Lol Der ist aber echt hoch Mann Ich habe jetzt nicht mitgezählt Wie viele Sterne Aber extrem hoch Alter Glückwunsch Zu Bergamo Nächster Stern Und ich denke Er zieht es nochmal Bei Gugeta Ja 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 Er muss nochmal Den Banner durchziehen Und dann kann er nochmal Oh Download Download Dann kann er nochmal Ein Ticket öffnen Download Super Sergeant Blue Ey Bruder Was ist jetzt los Hey Bruder Was ist jetzt los Ist jetzt soweit Ist jetzt Gugeta Zeit Oder Der zweite Teufelsdrache Der ihm auch noch fehlt Es gibt ja den Blauen Und den Goldenen Wenn ich mich jetzt nicht irre Die sind ja auch neu Hätte ich jetzt By the way Nicht unbedingt Beim Jubiläum rausgebracht Aber hey Sie sind jetzt da Und die will man auch haben Du willst immer Alles neu haben Und Pan Lol Ne Pan Liebe Hey Bruder Glückwunsch zu Pan Und Let's Nimmitt Uh Vegetto auch geil Aber natürlich haben wir jetzt Auf Gugeta gehofft Aber Vegetto auch sexy Glückwunsch zu Vegetto auch sehr schön Aber was war jetzt Der Download Was war jetzt Der Download Lol Er zieht wirklich Den zweiten Teufelsdrache Er hat Peine Die Pan Die Pan Leute Pan Du hast Pan Nicht auf 14 Sterne Schabbruder Du hast Pan Nicht auf 14 Sterne Was Ich bin ein bisschen entsetzt Muss ich ehrlich sagen Ich bin ein bisschen entsetzt Von Schabbruder Er hat Pan Nicht auf 14 Sterne Bruder Du musst daran arbeiten Zieh mehr Pans Mann Aber ja auch geil Legends Limited Vegetto 8 Sterne Und der neue Teufelsdrache Geiler Pool Geiler Pool Er hat nun beide neuen Drachen aus Dragon Ball GT Was jetzt noch fehlt Ist nämlich das wichtigste Super Saiyan 4 Kugeta Wird er noch ziehen Ich weiß es nicht Gönne ich es ihm Auf jeden Fall Tau Bye Bye im Weltraum Seit wann kann Tau Bye Bye im Weltraum Atmen Jetzt mal ehrlich Diese Sammananimation Macht überhaupt keinen Sinn Wie kommt Tau Bye Bye ins Weltall Und kann dort atmen Wie Ich Nee Das macht keinen Sinn Bruder Das macht keinen Sinn Tau Bye Bye mit der Säule Im Weltall Macht einfach keinen Sinn So oder so Wir gönnen ihm alles Krasse Pools Komm schon Lol Meine Discord Nachricht Ist gekommen Oh 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 Let's Limited Oh Das ist so ein Trigger Oh nein Ich hab schon wieder Auf Kugeta gehofft Ja sicher auch Ne Zweimal Legends Limited Animation Oh Das ist so ein Trigger Immer Aber ich bin auch gespannt Wie viele Sterne hat der Super Saiyan 3 Sengoku Der extrem Mächtig ist Wie viele Sterne Ein Legends Limited Zieht man immer gerne Wie viele Sterne Bruder Oh Auch schon 8 Sterne Alter du hast Oh Gott Der nächste Legends Limited Auf 8 Sterne Oh ich bin so neidisch Meiner ist auf 6 Sterne Und ich hätte ihn so Unglaublich gerne Auf 7 Sterne Um ihn Zenkai Awakening zu können Glückwunsch Bruder Zu 8 Sterne Das ist mega gut 2 Legends Limited Neu auf 8 Sterne Ist mega gut Natürlich will man Kugeta Ohne Frage Aber hey Du hast jetzt schon Insgesamt 3 Legends Limited Gezogen Das ist der Oberhammer Das darf man nicht vergessen 3 Legends Limited Ist einfach nur Unglaublich krass Weil die Chance Wie schon gesagt Extrem klein ist Er sollte jetzt Kein Lotto spielen Er sollte jetzt Kein Lotto spielen Er wird nicht gewinnen Er hat jetzt zu viel Glück In den Legends verbraucht Aber Kommt noch Gugeta oder nicht Die große Große Frage Kommt noch Gugeta Ich würde es ihm so gönnen Wenn er ihn nicht sieht Darf er glaube ich Auch nicht traurig sein Denn er hat 4 neue Charaktere Er hat extrem viele Geile Sparkings gezogen Er hat ne Pan gezogen Und er hat 3 Legends Limited Also ganz ehrlich Wenn jetzt nichts mehr Kommen sollte Darf er eigentlich Nicht sauer sein Denn 3 Legends Limited Mit nur Unter Anführungszeichen Natürlich 13.000 Zeitkristallen Ist schon über Über geil Trotz dessen Natürlich gönnen wir ihm Alles Wir gönnen ihm alles So jetzt müsste Der letzte Zeitkristallen pull Kommen genau Jetzt noch einmal Gengi Dharma Für die Zeitkristalle Und dann öffnet er noch Ein Ticket Logischerweise Und dann Ja Sind wir mit Schabruder Durch Super Saiyajin Blue Mann Was Ey Wie viel Glück Kann man haben Schabruder sagt Ja Er hat schon 3 Legends Limited Den zweiten Super Saiyajin Blue Was denn noch alles Was denn noch alles Leute Das nehmen wir nicht wissen Super Saiyajin Blue Garantiert dir 2 Sparkings Also 2 Sparkings Hat er jetzt zu 100% Aber Werden sie auch Legends Limited Nein Vegeta Für Diana natürlich In Lederhose Hat er extra gezogen Extra für Diana In Lederhose Ein GT Vegeta Und 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 Oh Jiren Auch ein guter pull Ja ich weiß Holt die Paprika Chips Tüte Für Jiren Er freut sich Oh mein Gott Ey Jiren ist auch geil Ey 2 solide Puls Eine für Diana Oh Jiren hat er schon 14 Sterne Du hast Jiren 14 Sterne Der Hass ist real Der Hass ist real 14 Sterne Jiren Lol Ey Glückwunsch Krass ey Er hat ihn einfach schon Auf 14 Sterne Er hat Jiren einfach schon Auf 14 Sterne Fertig Und jetzt noch das letzte Ticket Die allerletzte Sparking Für heute Aus dem Scharbruder Community Opening Ich bin so gespannt Ich gönne ihm so hart Noch Gogeta Als Abschluss Ich gönne sie ihm so hart Wird das ein Fake Out? Wird das ein Fake Out? Eine Kapsel Nur kein Super Saiyan Gin Freezer Nicht besiegt Könnte ein Fake Out werden Ja Wird ein Fake Out oder? Oder kommt Vegeta Aus der Küche? Fake Out Okay Letztes Sparking Ist ein Fake Out Was wird es werden? Fake Out Fake Out Fake Out Fake Out Fake Out Fake Out Ah es ist noch ein Jiren Oh Scheiße Ah der Jiren Tut weh Der Jiren Tut weh Weil er ihn Gerade erst vorher gezogen hat Und jetzt Ihn schon auf 14 Sterne hat Ah Jiren Hat weh Aber hey Schau Bruder Glückwunsch Zu unglaublichen 3 Legends Limited Das ist nicht normal Fettes fettes Glückwunsch Auch natürlich Zum neuen Zamasu Zum neuen Super Saiyan Super Saiyan Blue Viggetto Zu den beiden neuen Teufelsdrachen Schau Bruder Herzlichen Glückwunsch Hast du noch weiter probiert Oder wirst du noch weiter versuchen Super Saiyan 4 Gogeta zu ziehen Haus mal in die Kommentare Und auch sonst so Wie hat dir dein eigenes Opening gefallen? Was hast du gezogen? Was dir gefallen hat? Schau Bruder Haus mal in die Kommentare Und wie gesagt Wenn ihr mir auch eins schicken wollt Schreibt mir privat Auf Instagram Twitter Oder Discord Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und jetzt viel Spaß mit Meinen Und Dianas Opening Auf der Endcard Einfach drauf drücken Und weiter gucken Drittes Jubiläum Is real Vergesst nicht zu abonnieren Und Ciao Ciao